Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 3 Remastered mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Hier ist das blanke Chor aus. Die Mutti. Hä? Was wird das denn? Der hätte auch durchrutschen können. Hä? Was war das? Hä? Was ist denn nun? Ich kann mich nicht bewegen. Ach, ach nee. Da ging es mit einmal. Ich kann nicht klettern. Ich kann da nicht. Ich kann dort nicht. Die Tür ist blockiert. Einen anderen Weg hineinfinden. Er klettert nicht. Nein. Können wir hier irgendwie lang? Da ist sie. Ich habe die ganze Zeit weh gedrückt. Ja! Ich habe die Zeit weh gedrückt. Nichts, keine Ahnen. Ich kann unsere gonfe sagen. Ich kann ihnen soaliсячen weg Totally Herst. Genau! Ja! Da wird sich der Weg herren. Ja, das ist sie. Ich kann es mir Spaß 뭣. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Gott! Wo ist denn? Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Federn und Bäume. Neues Gerät erhalten Köder. Wir haben jetzt Pfeil und Bogen. Ich werde mal die Mission starten. Warte mal. Äh, hier ging das, ne? Bogen. Schlinge. Was ist das? Geld. Köder. Geld. Geld werfen. Wir starten mal die Mission. 20 Meter. Da lang. Sehr schön. Das hat ja wieder hervorragend geklappt, weil man nichts gesehen hat. Ich drücke A jetzt. A. Das hat ja wieder hervorragend ist. Ich weiß, dass ich hier sonst nicht verraten bin. Geht! Ich will die. Ich will die. Ich will die nicht immer wieder auf den Weg. Die will die Runde nicht nachher. Die will die Runde nicht sich auf die Sorge helfen. Die will die Runde nicht nachher. Die will die Runde nicht weg. Das ist ein Wesen. Ich denke, es ist ein Wesen, dass Sie die Begrüß auf den Weg bringen. Er hat einen Wesen, aber dass das eine Wesen, das die Begrüßung, der sich nicht auf dem Weg bringen und der sich nicht auf dem Weg bringen. Das ist ein Wesen. Aber es hat sich diesen Wesen von Wesen und Wesen nicht zu Hause. Das ist ein Wesen, wo die Aufmerksamkeit werden. Das ist ein Wesen. Das ist auch ein Geist. Und jetzt? Jetzt hänge ich hier. Ach, jetzt das geht. Ein Eichhörnchen. Wo geht's jetzt weiter? Da. Noch ein paar? Nee. Ich bin ein Eichhörnchen. Ja. Ich bin ein Eichhörnchen. Ich bin ein Eichhörnchen. Ich will ja nicht den Boden berühren. Ah, hier kann ich hoch. Das möchten wir ja vermeiden. Oh Gott. Äh, wo soll ich denn jetzt hin? Computer. Das gilt nicht als Boden berührt. Gut. Ich bin ein Eichhörnchen. Das ist ein Eichhörnchen. Das ist ein Eichhörnchen. Oh nein, was macht der denn? Oh, ich krieg schon Schreck. Jetzt klettern wir. Da ist das Nest wegen der einen Feder. Die Federn brauchen wir, aber das ist zu hoch. Der traut sich nicht. Weiter zum Wald gehen? Oh, er klettert hoch. Gut. Wo ist denn das Adlernest? Da oben, ne? Da geht's nicht hoch. Okay. Die Spalte vielleicht. Was ist das für eine eigenartige Art und Weise zu klettern? Ich hab die Feder. Ja, ich hab sie. Huh? Na, wo ist das? Was ist das für eine Art und Weise? Ja, das ist das für eine Art und Weise. Drei Federn soll ich finden. So, lass mich mal quackeln. Ich wollte hier eigentlich die Karte. Aha. Da ist ein Nest und da ist ein Nest. Ich kann nur eins. Machen wir erst mal das hier. 94 Meter. Das ist da oben irgendwo. Komme ich da hoch? Ich wusste gar nicht, dass man so klettern konnte. Da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Da hinten hin. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Äh. Da ist eine Spalte, falls es nicht höher geht. Aber er klettert. Das ist zu glatt hier, ne? Ja. Ich brauche was zerklüftetes. Geh mal hier. Hier kann man noch rum. Muss bloß an der richtigen Stelle hochgehen. Wie so oft. Das hört er sich eben nach einem Luchs oder Berglöwen an. Da oben drauf. Geh weg. Hier oben. Tatsächlich. Da, guck mal, was da ist. Da ist ein Luchs. Hier sind Federn hinter mir. Da ist noch einer. Genau da. Ich mache mir aber wegen des Tieres Sorgen. Gebiet steht nicht zur Verfügung. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Na gut. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt kann ich auch nicht... Doch, jetzt kann ich wieder reinzoomen. So, wo ist er denn jetzt? Da. Die Feder kann ich nicht nehmen. Dann nehmen wir die. Halt. Hier. Hoch. Bisschen hoch. Und dann geh doch hoch hier. Hier können wir runter. Geht der? Jetzt. Wo ist jetzt die Feder? Weiter weg. Huch. Huch. So, da kann ja nichts passieren. Da ist die Feder. Da drüben. Oh Gott. Wollte auf den Ast springen. Wir nehmen erst die, die am weitesten weg ist, ne? Äh, sagt eigentlich, die Zeit ist gut. Federn sammeln! Unser Freund ist nicht so der Waldbursche. Also an diesen stacheligen Bäumen kann man hochklettern, okay. Äh. Nein! Hoch! Na endlich! So, und jetzt brauchen wir noch die Feder. Ich darf also nicht so weit weg. Wo ist diese Feder? Feder, 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 da hinten. Oh, wie schön das geht, mit einmal. Oh, ich dachte schon. Feder, da. So, jetzt haben wir die Federn. Jetzt müssen wir zur Markierung gehen. Kann er ab. Die Markierung ist in 100 Meter. Was geht jetzt weiter? Ich denke, der ist nicht so weit weg. Ich denke, ich schließe dich. Auch wenn die head regeln. Ich denke, es ist nicht so weit weg. Ich denke, es geht nicht so weit weg. Es ist nicht so weit weg. Was müssen Sie mal aufhelfen? Ich denke, es wäre froh. Ja, Etem, da haben deine eigenen, dann deine Männer, deine Liebschaft getötet. Da. 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 Wir haben jetzt mal einen. Wie jetzt? Oh, das arme Kaninchen, guck weg! Geh nochmal weg! So, in eine Falle legen. Erstmal das. Was ist das? Und dann haben wir hier einen Hinweis, was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Da. Oh! Der ist nicht auch. Wie geht's das? Wo haben wir jetzt? Da. Wo gusto? ein Hirsch in der Umgebung ein Hirsch Die lapse die eine die sie hier kommt jetzt die Böschung ein köder köder haben wir auch wie geht das jetzt ach so und denn ja und jetzt Waffel ziehen ich kann hier nichts weitermachen wie sollen das gehen ich drücke hier auf dem Tasten rum da kann ich so das anvisieren aber da oben kommt Angriff ist das kein köder warte mal man ist das ein gefummel Geld werfen ach so ich habe das falsche ausgewählt ist das ein Fummelkram köder auswerfen y ich dachte ich hätte zur Falle zurückkehren und den Fang einsammeln cool wir haben Schwanz aha ein Hirschschwanz und ein Hirschherz cool äh häuten wo kann ich noch häuten ach ja häutet schon da hinten mehr als eine Tierart jagen köder und Falle kombinieren um ein Tier zu fangen Luftattentaten auf Tiere fünf Tiere soll ich sammeln ja nächste Folge ne tschüss